Alles Gute aus Starrein! Familie Eichinger führt einen kleinen Gutsbetrieb im nordöstlichen Waldviertel in vierter Generation und bewirtschaftet diesen seit mehr als zwei Jahrzehnten biologisch. Im neu restaurierten Hofladen im schäbischigen Schloss gibt es zahlreiche Köstlichkeiten aus eigener Erzeugung. Biologisch produziert, sorgfältig verpackt, geliefert oder im Hofladen angeboten werden seltene Getreidearten, verschiedene Erdäpfel- und Zwiebelsorten, hochwertiges Sonnenblumenöl, Imkareiprodukte sowie Hochlandrindfleisch und Wurst. Die Rinder werden in extensiver Mutterkuhhaltung ganzjährig auf der Weide gehalten. Sie bekommen bestes hofeigenes Futter und liefern neben Fleisch auch kuscheliges Langhaarfell. Besucher können in einer der liebevoll eingerichteten Ferienwohnungen einen starreinzigartigen Urlaub verbringen. Näheres finden Sie unter www.gutsstarrein.org